André, kommst du mit auf den Rummel oder gehst du duschen? Auf gar keinen Fall auf Rummel. Okay, tschüss. Ich sag meiner Chefin Bescheid. Ich muss jemand anders hier hinstellen, ich muss euch beschützen. Ja, alles klar. Evi kommt mit und beschützt uns. Pauli, was traust du dich noch zu fahren? Autoscooter. Wir gehen in den Breakdancer. Du und ich. Das hier ist das, ne? Ja. Weißt du noch, wie doll das ist? Nein. Die letzten zwei Minuten. Die letzten zwei Minuten. Haben gereicht. Das ist ganz grün. Das ist schrecklich. Uns geht es nicht gut. Das machen wir nicht nochmal. Dafür sind deine Freunde zu alt. Evi, du wolltest aber auf uns aufpassen. Ja, er ist ja abgehauen. Ja, er wieder, ne? Evi, Evi hätte keine Probleme gehabt. Aber ich hab Angst. Alle Erwachsenen, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr noch Breakdancer fahren könnt. Oder so wie wir auch nicht mehr. Entsteht hier etwa das Jogginghosen-Lied? Weiß nicht. Ich glaub schon. Ab jetzt trage ich Jogginghose, die ganze Zeit. Sie ist so gemütlich, sie ist so weich. Wenn ich auch nicht mehr so verabschiede. Es ist so gemütlich. Ja.